Das letzte Jahr auf Twitch, das war der absolute Hammer, ne? So viel geiler Scheiß und natürlich der beste Scheiß auf dem besten Kanal auf Twitch, meiner. Das ist richtig gut gewesen. Vielen Dank für alle, die bei mir geklippt haben. Ich habe hier eine Top 20 zusammengestellt, natürlich auch vom Chat gewotet, weil der hat einfach die meiste Ahnung, nur die glücksten Menschen da. Und die könnt ihr jetzt hier genießen. Bei der einen oder anderen Sache werde ich nochmal was dazwischen sagen, weil sonst versteht ihr das alle nicht. Genug Gelaber, viel Spaß mit diesem wundervollen Best-of. Film ab! Ihr wart, ihr passt nicht zu hell. Warte, kann man das jetzt rausziehen? Pickle Rig! Pickle Rig! Jetzt kommt gleich, ich schmack es raus. Pickle Rig! Ich schmack es nicht, wie dumm das ist. Ich bin Michael Jackson, Alter! Oh, Alter! Das ist vielchen trocken! Das macht mir so ein Geschenk ab! Oh, eh, Eier! Ich bin aufgedastet! Ich bin aufgedastet! Ich bin so ein Geschenk ab! Ich bin so ein Geschenk ab! von speichern hat saura nichts gesagt macht es jetzt und speicher wenn du verlierst habe ich vergessen zu sagen der hat mit seinem zeigefinger dazu reingemacht sagt ja waren in 64 stream kluge menschen heute an dieser stelle muss ich wohl noch mal eine entschuldigung an meine twitch kollegin saracan raus senden denn ich habe sie verarscht mit meinem chat ich habe ihr gesagt hey ich habe dir ein lied geschrieben und dann hat mein chat ihr leider nur ein lied performt sehr gespannt gleich sehe ich mich selber ich habe angst so es tut mir so leid Das ist so seltsam. Das geht ja nur mit Skog. Ich weine schon wieder. Irgendwie sehe ich heute, was ist denn heute schon wieder los? Ich sehe irgendwie aus wie... Hier muss man den Hintergrund haben, dass Schmidi, seines Zeichens 14-jähriger Schüler aktuell, in seiner Schulzeit einen Vortrag über mich als sein Vorbild gehalten hat und kurze Zeit später dann dieser Stream entstanden ist und die Vorstellung, dass seine Lehrerin das dann sieht und schaut es euch einfach an. Gesagt von Schmidi, der letzte Woche noch ein Vortrag gleich gemacht hat. Mein großes Vorbild. Schick deine Nachbarin und deine Lehrerin den Klippe. Schick dir das zu. Ja, guck sie mal auf, auf Schmitz. Das ist so... Wenn ich mal groß bin, will ich auch... Ich bin so schwer. Ich bin so schwer. Schick dir das zu hören? Der raidека ist nicht immer nachusanisch. Ich bin so schwer. Ja, hier haben wir das Ende eines stundenlangen Spießrutenlaufes, einer besonders schweren Mission im Chatsplay-Format in GTA. Und ich war kurz davor, sie zu schaffen, und plötzlich passiert etwas Unvorhergesehenes. Oh no, it's not a good guy. It's not a good guy. Ah! Was? Was? Why? 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 What? Warum ist das jetzt passiert? Zimt durch die Nase ziehen, das ist logisch. It's freaking Rosi-Sack, bereu in 3, 2, 1. Minus 3 mal 1 ist wenn dann minus 1, aber nicht minus 1. Ja, wer mich kennt, weiß, dass ich der Unerschreckbare bin und bei Videospielen nie zusammenzucke. Wenn dann aber tatsächlich eine Waldschabe in mein Zimmer reinfliegt, während ich streame, dann sieht das etwas anders aus. Wie keiner von mir war, ganz anders zu sein, wie keiner von mir war, ganz anders zu sein. Ich habe nie gewonnen. Ich hoffe, es sind keine... Madame, es ist 3 Viertel. Dumm? Oh, ich bin so schnell aufgestanden. Dumm. Oh, was ist das? Einfach nur dumm. Hast du genug getrunken heute? Fanta. Fanta. Fanta und Club Martin den ganzen Tag. Oh, Gott. Oh, Gott. Ach du Scheiße. Oh, Gott. Oh, es kackt übelst ab. Oh, Gott. Oh, was passiert? Oh, Gott. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, shit, Alter. Ich habe es einfach aus der Wand rausgerissen. Und auch hier haben wir noch einmal die feuchtfröhliche Auseinandersetzung mit der Waldschabe, beziehungsweise dem Käfer, der plötzlich nicht mehr aufzufinden war. Oh, 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 ich weiß nicht, wo er ist. Wo ist er denn? Oh, der ist bestimmt in meinem scheiß Bett drin. Der hat auf jeden Fall komische Geräusche gemacht. Und jetzt hier das große Finale, wo wirklich alles ineinander gegriffen hat. Das Spiel hat sich aufgehangen. Der Chat ist durchgedreht und ich habe auch noch ein bisschen was rumgespielt. Es war ein Feuerwerk der Emotionen. Musst du zunächst den Kessel aktivieren? 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 Macht das jetzt! Untertitelung des ZDF, 2020